So, hi Leute. We on Loans wieder mal on Loans. Und heute kommt euch auf Spai wie man einen Datenwocher spielt. Also, ich fange mal an. Der erste Schritt ist, der Rhythmus muss fließen bei euch. Also, hier rein und hier raus. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr die Scheiße nicht spielen. Also, ich zeig euch, wenn ihr das einfach geht. Rhythmus! So, Leute. Das war's. Das war ja schön. Am Ende war ich schon ziemlich scheiße. Also, ja, das war's. Danke.